Meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu YouTubers Live mit meiner Wenigkeit. So, ja, es geht weiter Freitag heute. Es ist, wir machen heute vielleicht minimal, also sage ich eigentlich immer, wir machen die Folge endlich mal minimal kürzer, aber irgendwie vergesse ich dann die Zeit ja trotzdem irgendwie jedes Mal. Denn es ist heute wieder richtig frisch, wenn ihr das Ganze hier sehen tut. Und ich muss erstmal kurz der Ladies sagen, dass sie ein Video machen soll. Ähm, und zwar, das geht ja immer noch aus irgendeinem Grund ab, wie Schmitz Katze hier. Und ich soll einfach mal sagen, hier soll sie mal bitte einfach Lockdown machen. Ähm, wir haben heute viel vor. Also abgesehen davon, dass offiziell Freitag ist, ne, ist ja klar. Und wir unbedingt was essen müssen, muss ich kurz mal hier an unseren Kalender schauen, äh, bis wann wir hier was machen müssen. Jetzt hängt das Spiel momentan mal wieder. Ich esse mal etwas Spaghetti. Das füllt unser Leben auch wieder komplett auf. Ich muss erstmal gucken, dass lange erwartetes Spiel. Bla, 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 bla. Heute ist irgendwas. Honey Playstation 3. Musste ich nicht noch irgendwas machen. Ne, ich hab ja hier ein Duel mit ihr gemacht. Auf jeden Fall, was wir machen, wer denn, ist, äh, ein drittem Mitarbeiter einstellen. Ihr habt es euch gewünscht, wir kriegen das auch dementsprechend hin. Ich muss gerade mal gucken, hier ist noch gar nichts draußen. Nesti-Babbel. Also, da sollte ich aber definitiv davon was machen. Ah, ne, halt, ne, äh, doch, das ist ja traurig, blöd, hab ich ja mal mit ihrem Duel gemacht. Ähm, auf jeden Fall, den dritten Mitarbeiter werden wir einstellen. Wir werden, äh, unseren PC aufrüsten. Wir werden ihren PC aufrüsten. Ähm, wir werden, auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Äh, okay, die Videos sind draußen. Netzwerk-Event. Einladung zum Netzwerk. Wir haben das Spiel jetzt nostalgisch irgendwas für Nintendo C. Hoffentlich erscheinst du mit gutem Eindruck hinterlässt. Ja, Nintendo C. Dann machen wir einfach mal so. Ähm, auf jeden Fall. Es gibt ja mittlerweile im Bereich CPU 1800, das ist eigentlich das teuerste, was wir uns hier momentan leisten können. Dieses Ultra-irgendwas-Gedönste. Und, dann werden wir das so einfach mal aus. Tastatur-Technisch stehen wir, äh, in dem Bereich momentan ganz gut. Monitor-Technisch, äh, gibt es auch eigentlich extrem viel, was man irgendwie machen könnte. Für 1200, was ich ja minimal übertrieben finde, wenn ich ehrlich bin. 84, 160 Dollar Webcam-Technisch. Steht hier noch, äh, die zur Auswahl. Sind wir schon mal bei 2000, wir haben ja Kohle. Eine Mikrofon-Technisch sollten wir jetzt auch unbedingt nochmal aufrüsten. 160, ne, aber wir haben schon das Nonplus Ultra, was wir uns mal mit da leisten können. Äh, Kopfhörer-Technisch, ja, das ist immer so die Sache. Und, schnittprogramm-Technisch, äh, wird es jetzt auch langsamer Zeit, dass wir uns das hier holen. So, das lang erwartete Spiel, bla bla bla, ich reparier das mal kurz. Erinnere dich daran, dass Ultra Mini-Gehäuse direkt, äh, um die Ecke ist. Schönen wir, hallo, wir sind vom Team Royale, bla bla bla, ich bezahle nicht, danke. Jedes Mal mit ihrem Blödsinn hier. Ähm, Moment, zeigt mir das Video. Äh, wohl. Und hochladen, so. Dass wir ja den PC mehr oder weniger erst mal aufrüsten und dann sollten wir jetzt leider mal so ein Gemeinschaftsprojekt machen, weil... Ich hoffe, mein Ruder trifft es diesmal nicht. Ja, es gewittert gerade. Ist eigentlich so der absolute Grund nicht, äh, mit meiner Erfahrung her, nicht den PC anzulassen, weil mir hat es mittlerweile schon zwei, ein oder zwei Ruder zerschossen, äh, bei Gewitter. Aber, hoffen wir einfach mal das Beste. Ich akzeptiere das Ganze mal hier so. Ähm, warum wird jetzt hier mein Dings nicht geladen? Hallo? Hm. Leute. Geh nach unten. Okay. Da will das Spiel wohl gerade nicht mehr. Geh nach unten. Okay. Da müssen wir mal kurz... Okay, ich hab' den Back gefunden. Auch nicht verkehrt. Gut, meine Freunde, dann, äh, würde ich sagen, äh, pausiere ich kurz so ein bisschen, bis gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück, jetzt mit der ganz großen Frage, ne, äh, Roman Deer Hunter lädt gerade hoch und unser Dings, also jetzt müssen wir auch schon mal zu diesem komischen Event. Und, oh mein Gott, machen wir mal fix ein Video von, von Nasty Bubble. Äh, an deinen zweiten Arbeitsplatz, automatisch. Ja. Mal erst mal kurz gucken. Wer macht 100.000 Aufrufe, das passt soweit alles. Gut, äh, ich denke mal, die arbeitet erstmal, während wir auf dieser komischen Präsentation sind, wenn das so funktioniert. Und wir wurden eingeladen hier für Nostalgik irgendwas. Tja, jetzt gewittert's halt leider im Hintergrund, äh, das tut mir sehr leid. Aber, das Wetter ist halt auch momentan komisch. Alter, wie sieht'n der aus? Hey, 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 das sieht aus wie Nostalgik mit Strategiespieler in Deutschland. So viel Erfolg hab' ich gehört. Alter, der ist doch komplett schwul. Also nicht, dass es jetzt was Schlimmes wär, ne, davon mal abgesehen, aber... Äh, äh, hm, hm. Ich war schon mal besser... Blnlblblblblblblblbl... Äh, äh, das ist ja soweit klar, aber... Das, äh... Hört sich jetzt auch nicht grad besser an. die ganze zeit sich in der wohnung so ein dritter mitarbeiter zu finden wird sich nicht einfach werden ich könnte mal endlich so einen komischen flock jetzt hier drehen also ein dritter mitarbeiter dann muss ja irgendwie mit uns befreundet sein und alles aber wir haben einmal wie log ist kann ich überhaupt einen vlog aufnehmen ich kann mit ihnen reden wie sieht so ein profil ja ist level 22 dann müsste ich 1000 euro im monat bezahlen halt die esse fest ach alter mode nee danke was sucht denn bitte schöne mode fuzzi habe ich nicht so verstanden was so sind die schöne mode fuzzi mein revier nun stelle ich mich halt einfach ins bild habe ich kein problem damit so so alles lehrchen probieren ok danke ist kein problem ach da haben wir jetzt ein bisschen mehr xp gemacht die hat sich natürlich nichts anderes mal kurz gucken wie das hier in unserem netzwerk aussieht und zwar vorteil nein ja und zwar zum monatliche ziele 4 millionen 200 k 180 also 4 millionen von 200 k 98 k von 10 k 2 von 3 events besucht alles lasse wir sind im endeffekt geil der geilste hier im netzwerk und wir wechseln dann mit einer millionen abonnenten dementsprechend auch in ein etwas größeres netzwerk das steht ja durchaus schon mal fest so einen weiteren mitarbeiter anzustellen ist die könnte man rein theoretisch anstellen das ist eine level 1 rin wie das wohl aussieht oder das ist eine level 1 rin die bis dato noch gar nichts gemacht hat die kostet uns momentan aber auch wirklich noch nicht äh chatten wir einfach mal mit ihr um da noch mal ein bisschen das eis aufzudauen die kleine arbeitet ja meines erachtens nach eh noch hier oben ja was ist eigentlich ich frage du antwortest lust einen inneren journalisten rauszufordern nutze jeden gelegenheit um ein gutes interview zu machen umso besser bla 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 ok unterhalt verdient 1.000 ausverkauft 160 so dann hätten wir auf jeden fall mal mit ihr dass ich das da alles irgendwie noch gibt wie sieht es überhaupt hier bei dieser nasen nasen getankten frau aus die auch nebenbei noch unsere mitarbeiterin ist voll ausgelastet alles das freut mich natürlich sehr so während wir ihr mit ihr hier chatten und sie dann noch ein neues video erstellt sollte man das dann rein theoretisch warte mal das steigt ja hier gleich äh du verlierst mehr übernehmen ja 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 das lange erwartet das spiel red irgendwas sehr schön aber wenn sie hat im moment mache ich gleich amazon call of fury 2 für den pc am 25 spiel mal hier auf jeden fall ähm ähm lass das mal jetzt geht heute noch liefern ähm wo ist denn die jetzt hier hier zeigt mir das video ja ist ja auch schön können wir hochladen den call of fury 2 das machen wir einfach ähm als dual da ist es ja schon dann noch essen könnt ihr jetzt erstmal ein unboxing machen wäre natürlich auch durchaus möglich aber da wurde das abgerechnet warte mal machen wir machen erstmal ein unboxing auf unseren rechner und wir haben eine neue webcam mit 320 beschissen auflösung hier was die neue webcam da alles mittlerweile hier zu bieten hat blüpp mhm achso das ist in bearbeitung zu 63 punkte haben wir ja mittlerweile wollte ich jetzt nicht eigentlich ein unboxing machen ach ja ok das funktioniert mittlerweile so auch nicht verkehrt so weiter geht's ja da läuft die hinten im hindergrund durch und machen wir das jetzt sollte ich nur noch die richtige karte bekommen naja jedenfalls äh so halbwegs irgendwie ist das spiel langsam habe ich das gefühl oder es ist langsamer geworden in einer gewissen art und weise fiel sich auf jeden fall um einiges langsamer an ja ganz wenn man hier jetzt die richtigen karten bekommt und das sind aber jetzt er muss man bis zum ende geschafft ich hör mal ganz was neu ist so gucken wir mal 1 so viel auswahl 2 weil nur ein anstecker unten werden wir definitiv nicht kriegen jetzt müssen wir irgendwas für unten finden das ist unten das ist unten das würde für oben gehen das können wir nicht nehmen das ist wiederum oben das ist auch ins unten ist dann aber gleichzeitig das Ende das ist 2 unten dann passt das schon mal dann brauchen wir 2 oben 2 unten passt wunderbar und dann nochmal 2 oben was wir wiederum nicht haben aber wir hatten noch 2 unten und 1 unten und das könnte man ja rein theoretisch so zum abschluss bringen moment äh wo haben wir es denn hier so hätten wir würde ich mal sagen dings und da können wir ein bild verwerfen ah ja ein 3d text hinzufügen ok eine bild verzerrung ja ein bild verwerfen machen wir auch einfach mal weil wir sind hip und cool und alles und rendern das ganze maxi mal nein danke jetzt habe ich mal keinen bock mich da hier einladen zu lassen neuer rekord was die nachbearbeitung angeht das freut mich natürlich umso mehr 1600 muss ich mittlerweile hier berappen ist natürlich auch nicht wenig da laden wir erstmal das ganze hoch schlafen nochmal hier in momentchen und machen dann mit ihr wenn ich wüsste wo sie wäre wo ist sie ach dort ja machen wir ein gemeinschaftsprojekt und zwar dieses call of fury 2 ein du heil urlaub ich möchte heute abend blablabla ich ignorier das jetzt einfach mal äh nein ja da geht das natürlich wieder runter was wir uns hier aufgebaut haben ist mir auch relativ du kommst hierher wenn ich hier arbeite das gefällt mir nicht ja machen wir mal ein duel hier machen wir das schauspielerischer masterleistung aber wir haben nur noch 30 wir müssen minimal sparen wir haben diesmal nur ein und die gleich aktionskarte wundert mich ein wenig so das passt hier sogar nicht allerdings passt dann alles weitere irgendwie nicht mehr was dann sonst noch kommt schade so hallo mein name ist isabella ich rufe wegen einer bankangelegenheit an nö immer noch nicht so dann 1 2 3 4 5 nein 5 6 7 passt eine anschlussstelle zwar nicht und eine ende haben wir auch nicht aber schon rein so wir machen einfach mal hier tolle schauspielerleistung ein besseres audiobild ein weicher fokus und das war es dann aber auch schon 108 prozent neuer rekord neuer rekord sehr schön was ladet ihr mich denn permanent zu netzwerkevents ein muss doch oma gut sein ich würde ja allgemein noch ein duel machen einfach weil es funktioniert aber wir wollen ja auch noch den dritten mitarbeiter anstellen das ist ja auch noch das nächste warte mal wo ist denn die kleine hier äh du kannst nicht einstellen du musst ein richtiges verhältnis zu ihr haben dann laden wir doch ein wir werden uns dort treffen so kommentare durchlesen jawohl währenddessen ich sie erstmal beauftrage allein ein video zu machen an ihren wundervollen pc und jetzt müssen wir ja rein theoretisch nur noch warten bis die kleine kommt halt reden ja toll sie kommt hierher und setzt sich einfach an meinen pc ja und macht nur noch kaputt richtig geil richtig geil blablabla 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 bleib doch hier ich brauche das richtige verhältnis zu ihr ja was ist das richtige verhältnis so jetzt ist mein pc auf jeden fall mal wieder ganz mach sie einfach mein pc kaputt also mach sie einfach mein pc kaputt blablabla 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 jetzt kann ich aber rein theoretisch ja bleib doch mal stehen so sehr schön damit ist sie meine mitarbeiterin und dann reden wir halt erstmal mit ihr alter es kommt alles zusammen es kommt einfach alles zusammen moment ach leute 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 jetzt kam noch die postfrau ach nee ja das ist schlimm sag ich euch das ist nicht so wie ja wie vielleicht bei manchen youtuber dass die da irgendwie so ihre komplette ruhe haben das ist leider hier nicht so das ist es kommt alles aufeinander mensch wir haben unseren zweiten mitarbeiterin ja wo wir stellen noch frauen ein wahnsinn ein absoluter wahnsinn das problem ist nur ich war mit denen schon über also mit einer überfordert jetzt geschweige denn mit 2 zumal wir müssen erstmal hier aufrüsten das die in halbwegs anständigen natürlich pc hat lässt sich verstehen weil sonst war das sonst war das vorne und hinten nicht gerade im bereich der facecam sollte man jetzt in der uhrenbereich des mikros sollte man definitiv nicht sparen der einkaufswagen ist voll entweder läuft dort ja so hier kriegst du die wundervollen kopfhörer und kriegst du noch hier das dritte schnittprogramm so dass der pc von ihr erstmal hier aufgerüstet wird warte mal sie hat was gemacht zeigergebnisse der videos jawohl ah was ist denn äh für die horny bläse ja nehmen wir einfach an dankeschön dass sie jetzt hier schon mal den pc kriegt wo ist denn jetzt hier überhaupt die weide die sitzt hier hinten wir sagen sie soll auch einfach mal ein video machen und zwar weil es halt grad mal noch in ist soll sich hier mal bitte eine preview erstellen gucken ob sie das hinkriegt aber jetzt platz 3 ach die scheiße warte mal ne warte mal warte mal warte mal ne fortsetzen halt schon hin ich muss auch schon kurz warten bis ihr pc aufgerüstet ist ich habe auch einen neuen fähigkeitspunkt den kann ich reinsetzen bei Sternchen 6 prozent mehr abonnenten oder 12 prozent mehr abonnenten bei gemeinschaftsprojekten öffnen ich kriegst auch schon mal noch ihren neuen monitor ja noch eine neue maus das geht alles hier hinter ja so schön da sind wir durch 1,3 millionen das dual wahnsinn alter wirklich 1,3 millionen kommt das nächste paket neue kopfhörer und dann noch neues schnittprogramm und dann durfte man ja gott ich will einfach mal alles haben oder ja neues schnittprogramm ok gut mach ein video halt wirklich eine preview von call of 4.2 am dritten arbeitsplatz da bist du sogar besser wie die andere lärmschutz stereo ausgabe 4k auflösung äh und du machst das schon würde ich mal sagen du machst das schon und ziel lassen wir jetzt auch einfach nochmal effektiv arbeiten der macht nämlich einfach nochmal ein gameplay am arbeitsplatz 2 ja alles klar und wir gehen hoch und gehen erstmal und geht erstmal pennen meine freunde ich mach heute schon mal feierabend äh weil das geht sich sonst mit der zeit nicht aus sonst würdet ihr das video viel zu spät sehen weil es heute auch erst freitag ist und ich weiß nicht wer heute noch alles vorbeikommt äh aber jedenfalls ist es da was zu wahnsinnig werden äh wir sehen uns dann morgen wieder dann auch mit einer etwas längeren folge wieder versprochen in dem Sinne ich bedanke mich fürs zuschauen Däumstablassen nicht vergessen und bis denne harter renne tschu tschu